Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nuvene für das Leben, 8. Tag. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Friede entscheiden. Lukas 2, 29. Für jene, die im Alter oder Leid keinen Sinn erkennen, lasst uns beten. Ewiger Vater, dein Sohn hat durch seinen Tod am Kreuz die Welt mit dir versöhnt. Wir bitten dich für jene, die das alte, kranke und schwache menschliche Leben geringschätzen. Lenke ihren Blick auf den Gekreuzigten. Lass die Kranken, ihre Verwandten Ärzte und Betreuer den Sinn des Leidens erkennen. Gib ihnen die Kraft, es in Vereinigung mit Christus zu ertragen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Christus, erhöhre uns. Christus, erhöhre uns. Christus, erhöhre uns. Gottvater im Himmel. Erbarme dich, unser. Gott Sohn, Erlöser der Welt. Erbarme dich, unser. Gott heiliger Geist. Erbarme dich, unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott. Erbarme dich, unser. Jesus vom Heiligen Geist empfangen. Erbarme dich, unser. Jesus im Stall zu Bethlehem geboren. Erbarme dich, unser. Jesus, der unsere Schuld getragen hat. Erbarme dich, unser. Heilige Maria. Bitte für uns. Mutter des Erlöses. Bitte für uns. Mutter des Lebens. Bitte für uns. Mutter der Barmherzigkeit. Bitte für uns. Königin ohne Makel, der Erbssünder empfangen. Bitte für uns. Königin der Familien. Bitte für uns. Königin des Friedens. Bitte für uns. Heiliger Erzengel Michael, du Sieger über die Fensteren Mächte. Bitte für uns. Heiliger Erzengel Gabriel, du Verkünder der Menschwerdung Gottes. Bitte für uns. Heiliger Erzengel Raphael, du Begleiter auf unseren Wegen. Bitte für uns. All ihr heiligen Engel. Bittet für uns. Ihr heiligen Schutzengel. Bitte für uns. Heiliger Johannes der Täufer, der du im Mutterleib vom göttlichen Kind geheiligt wurdest. Bitte für uns. Heiliger Josef. Bitte für uns. Du Bräutigam der Gottesmutter. Bitte für uns. Du Nährvater des Sohnes Gottes. Bitte für uns. Du Haupt der heiligen Familie. Bitte für uns. Du Patron aller Väter. Bitte für uns. Heiliger Lukas, Patron der Ärzte. Bitte für uns. Heiliger Paulus, Apostel des Glaubens. Bitte für uns. Heiliger Judas Taddeus, Helfer in aussichtslosen Nöten. Bitte für uns. Ihr heiligen unschuldigen Kinder. Bitte für uns. Heiliger Maximus, Patron der Säuglinge. Bitte für uns. Heiliger Nikolaus, Patron der Kinder. Bitte für uns. Bitte für uns. Heiliger Don Bosco, Apostel der Jugend. Bitte für uns. Heilige Maria Goretti, du Märtyrerin der Reinheit. Bitte für uns. Heiliger Agnes, Patronin der jungen Mädchen. Bitte für uns. Bitte für uns. Bitte für uns. Heilige Monika, Patronin der Ehefrauen. Bitte für uns. Bitte für uns. Heiliger Geramaniella, Beistand gebärende Mütter. Bitte für uns. Heiliger Antonius von Padua, Patron der Alten. Bitte für uns. Bitte für uns. Heiliger Stannislaus Koska, Patron der Sterbenden. Bitte für uns. Heiliger Johannes von Gott, Patron der Krankenpfleger. Bitte für uns. Heiliger Vincent von Paul, Patron der Spitäler. Bitte für uns. Bitte für uns. Heiliger Albert, Patron der Wissenschaft und Forschung. Bitte für uns. Heiliger Maximilian Kolbe, Patron der Medien. Bitte für uns. Heiliger Thomas Mochus, Patron der Politiker. Bitte für uns. Heilige Therese, Patronin der Missionen. Bitte für uns. Heilige Gianna Biretta Mola, du Märtyrerin mütterlicher Liebe. Bitte für uns. Heilige Mutter Teresa, du Zeugin von der Würde jedes Menschen. Bitte für uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Verschon uns, oh Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erhöhre uns, oh Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erbarme dich unser, oh Herr. Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Abstabens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.